Warte, Frau Freundin, euch werde ich es zeigen. Euch werde ich es zeigen. Tolle Probe heute Morgen. Meine dritten nehme ich nur Blender, den Superhaftcreme. Mit einem Doppelhalt der zwei Abschiebstoffe. Die gibt mir auch abends noch stärkste Haftkraft. Ohne Doppelhalt reicht unser Haftfilm. Mit Doppelhalt hält er länger und gibt ihnen stärkste Haftkraft, die eine Haftcreme lieben kann. Das bestätigt die Blender mitforschung. Wieder eine lange Nacht für uns rein. Aber unsere Blenderdenk lässt uns nicht im Stich. Blenderdenk superhaftcreme mit dem Doppelhalt. Doppel hält besser. Pletsch, platsch, wir sind auf Zack. Nehmen den neuen Nachbepack. Die ist mir nur weich, einfach ohne weich. Das ist super Qualität. Pletsch, platsch, Lenor ist fein. Macht sich in der Tonne klein. Lenor, keiner macht sich kleiner. Übrigens, Lenor verlost jetzt ein Euro-Traumhaus für 300.000 Mark. Einfach irgendein Lenor-Angebot ausschneiden und an Lenor in der Brücken schicken. Lenor, keiner macht sich kleiner. Ich bin Nicola Vogt. Als Frau Journalistin und Mutter soll sich herausfinden, ob die neuen Pampers Jungs und Mädchen traurig erhalten. Meine beiden Kinder, Solva und Dietrich haben mir dabei geholfen. Wir haben also zuerst herkömmliche Bildung getestet. Und zwar zu einer Zeit, wenn es drauf ankommt. Nacht. Dann sind die Kinder morgens schon mal nass. Der Vietrich vorne und die Säuber in der Mitte. Mit Pampers, Ball und Girl ist das etwas anderes. Da sind die Kinder morgens schön trocken. Und zwar nicht nur außen, sondern auch innen. Ich sag Ihnen, hier ein Vergleich mit einer herkömmlichen Windel. Wenn man nach 30 Minuten drauf drückt, können bei der herkömmlichen Windel schon mal Nässe zurückkommen. Die Pampers dagegen bleibt schön trocken. Für uns drei steht eins fest. Die trockeneren Boys und Girls sind meistens Pampers Boys und Girls. What? Sieht mal, Gesellschaftsklanz kann ja nun wirklich jeder. Sogar nicht das Wolf kann das. Wenn man streichen, als ob man seine Eltern bei ihrer Hochzeit beobachten. Das ist die Frau, von der ich dir erzählt habe. Ich will heute Abend mehr in der Eingung verschwenden. Ich hab gedacht, du bist hier, weil du mich vermisst hast. Musst du das tun? Den interessiert mein Verstand. Ich will diese Figur haben. Vielleicht soll ich doch beim U-Standierwettbewerb nicht machen. Und ein bisschen Gewinn könnte ich gut gebrauchen. Ich hebe einfach meine Hand und wähle mich freiwillig. Ich hebe sie einfach hoch. Meine Hand will überhaupt nicht. Meine Hand ist klinger als ich. Meine Hand ist klinger als ich.